so den turm verschieben wir mal nach da bauen massive stein pilz in ein mit doppelklick kann ich auch alles anwählen das ist auch gut zu wissen also alles was aneinander klebt so ich das jetzt mir schnapp und hier drauf pack sollte das schon mal gut aussehen so der turm muss ja nicht wirklich groß sein es soll ja nur ein wachturm sein der aber nicht von unten begehbar ist sondern nur von hier aus und ja ich bin jetzt gerade wieder komplett in der planungsphase und den planungsdenken so 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 der krieg jetzt mal keine priorität das war jetzt so weit denke ich mal so so und so und jetzt das i-typisch ha perfekt gleiche höhe alles und so wobei brauchen wir die gleiche höhe wenn wir es eins niedriger machen da brauchen wir nämlich die türme auch nicht ganz so hoch machen also das müssten wir die tür also ich will die türme wenigstens zwei stockwerke höher haben als ich die jetzt das hier mache und ja wir müssen dann halt fürs erste eine treppe hier hoch bauen damit wir hier hoch kommen aber ja eine brücke ja das kann man lassen das sieht gut aus auch von der aussicht hier weil ich glaube wenn wir nochmal eins niedriger gehen ähm okay das weg dann bauen wir es nochmal komplett von 0 auf also nur die höhe machen war das nicht die höhe die wir gerade hatten nö aber das sieht auch okay aus noch ich würde sagen die höhe können wir lassen ja die höhe können wir ruhig lassen fügen wir dem ganzen noch solche hier hinzu also die höhe ja und da müssen wir für das erste auch eine treppe dran bauen oder der rampe damit wir hoch und runter kommen sagen wir die treppe weil wir brauchen holz so machen wir das anders weil hier drin hätte ich dann auch wieder probleme mit einer leiter naja was wir machen könnten mehr halt bisschen so was dann können wir nämlich hier unsere wendeltreppe hin machen so drei ebenen hoch und dann oben fertig bauen ja okay das heißt wir planen jetzt die türme mal weiter also erstmal den hier natürlich die höhe ist gut ach das nächste problem was ich zu lösen habe ist wie man dahin kommt es gibt ja keine leitern in diesem spiel das war jetzt zu weit das war ein paar viele zu weit na gut ich kann vom dach aus dann runter das ist eine gute idee das war jetzt das war jetzt dann Ich merke übrigens gerade, ich bin dem falschen Bauauftrag. Deswegen nehme ich den hier. Und ja, die Leute haben gerade nichts zu tun, weil... Oh, hier der Tunnel auch nicht mehr geschafft wird. Also lassen wir das mal gerade so gut sein. So, der Tunnel heißt... Achso, wir sind voll an Schwefel. Kommt Leute, ein bisschen Tunnel ist da noch übrig. Das ist auch noch mehr als genug Platz. Gebe ich euch mal einen kleinen Ansporn. Also gut, zurück zum Turmplanen. Weil das halt die größte Herausforderung sein wird. Und ja, da habe ich eins vergessen. Lalala. Aber ja, wir machen das genau deswegen, weil es halt so viel Spaß macht. Beziehungsweise ich mache das hauptsächlich für euch, weil ihr ja so viel Spaß dabei habt, mir zuzusehen. Aber ich habe auch meinen Spaß. So. So, die brauche ich jetzt als nächstes. Ach doch, da brauche ich noch einen. Ah, da fehlt noch einer. Da brauche ich... Davon einen, diesmal. Da fehlt noch ein bisschen was, kann das sein? So, so, das dann noch da... Äh, falsche Richtung. Das da hin. Und am besten gleich noch da hin. Ah, das war falsch. Nee, halt war richtig. Ich muss ja die anderen anders planen. Nämlich hier mit solchen Dingern und solchen Dingern. So, das kopiere ich mal. Das kommt da drauf. Kopiere ich nochmal. Das kommt nämlich da noch. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Interessanter Fehler. Das muss ich halt warten, bis einer da rausreißt. Dann kommt das da hin. Und ich wähle das aus, wie lange ich noch kann. Kopier's da hin. Kopier's da hin. Gut. Kopier's da hin. Schnapp mir das alles. Und verschiebst nach... Dort, wo es hingehört. Nehme ich da hin. Ah. Wie Hannibal immer so schön sagt. Ich liebe es, wenn ein Platt funktioniert. Oh ja. Äh, Treppen. Ne, das war doch die richtige hier. Hier brauche ich die andere. Was hatte ich gesagt? Die Säule. Fünf hoch. Eins, zwei, drei, vier. Fünf hoch. Kurz herrisch. Daherrisch. Zwei frei sind dazwischen. Jo, passt. So, wenn wir jetzt den Turm weiter planen. Hatte ich schon mal die glorreiche Idee. Wie gesagt Treppen zu nehmen für den Zugang. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.